Ein Sternenhimmel im Wohnmobil, da lief aber die CNC wund, oder? Ja, so ist das, aber das Ergebnis kann sich doch sehen lassen. Ja, ein Sternenhimmel. Du kannst ja sogar per App einstellen. Wie funktioniert das? Ist das Glasfaser oder sind das viele kleine LEDs? Das sind alles ganz viele Glasfaser-Enden, die im Grunde genommen aus dem Baldachin rausgesteckt werden. Und die können wir farblich komplett steuern. Wir können auch Sternschnuppen durchziehen lassen. Mach mal. Soll ich das mal machen? Das ist tatsächlich so ein Zeitrhythmus. Also alle 40 Sekunden sollte ohnehin eine Sternschnuppe durchlaufen. Damit ich nie wieder einschlafen kann, oder? Es geht ja gerade darum, den Sternenhimmel auch mal genießen zu können, selbst wenn vielleicht mal ein paar Wolken davor sind. Da war gerade eine gewesen. So, ich kann auch mal gerne die Farben wechseln, dass wir mal sehen, was so alles möglich ist. Also je nach Lust und Laune... Der grüne Sternenhimmel. Genau. Je nach Lust und Laune können wir dann die Farbe komplett wechseln. Und auch die Intensität. Also ich kann jetzt auch mal runterschrauben. Zum Beispiel, dass man sagt, man will es etwas weniger haben. Das braucht ja kein Mensch, oder? Ja. Ist trotzdem sehr, sehr schön. Und was braucht die Welt schon? Eigentlich braucht sie viele Dinge nicht, aber es gibt viele schöne Dinge, die man dann trotzdem... Ja. Also es heißt ja, nicht aufs Klo gehen wollen, es heißt aufs Klo gehen... Müssen. Müssen, genau. Jetzt habe ich eine Million Euro Frage richtig beantwortet, ich bin ja froh drum. So, wir sind in einem Carthago-Ginge, aber auch in einem Detlefs-Ginge, in jedem Wohnmobil, das Platz hat. So, und am besten eine Heckgarage. Es geht eigentlich in fast jedem Wohnmobil. Und ihr habt eine Festtanktoilette in einem ganz normalen Wohnmobil so eingebaut, als ob sie ab Werk so gewesen wäre. Das Besondere ist halt, dass wir den Anspruch haben, dass man nicht sieht, dass es nicht werkseitig verbaut wurde. Das heißt, gesamte Heckkonsole, die haben wir alle im kompletten Originalholz ausgeführt. Und auch die Position der Toilette ist nicht zufällig gewählt, sondern sie befindet sich komplett auf der vorherigen Situation. Davor war ja eine TETVOR C260 drin. Eine Kassettentoilette. Genau, eine typische Kassettentoilette, wie man sie überall kennt. Und egal ob 3,5-Tonner oder auch 4,25-Tonner, ob im Hümer oder Knaus, wir können in jedem Fahrzeug einen Festhang nachrüsten. Was ist hier für eine Tankgröße? 170 Liter. Und das fällt auch in den Tank rein? Das ist hoch genug? Das fällt nicht nur rein, sondern das natürliche Gefälle reicht auch aus, selbst wenn der Wagen etwas schiefer steht. Von Vorteil ist natürlich für uns, wenn wir einen Doppelboden haben, wie in dem Fahrzeug jetzt hier, dann ist es natürlich deutlich einfacher. Bisschen höher dann, oder? Achso, auch für das Verlegen, oder? Für das Verlegen vor allem und natürlich auch für das Gefälle. Aber wir kriegen tatsächlich auch Fahrzeuge. Wir hatten jetzt letzte Woche einen Pilot drin. Den haben wir auch realisieren können. Da wurde die Toilette einfach einen Ticken höher gesetzt. Da sind wir kreativ. So, zeig mal gerade die App, mit der du das Klo bedienst. Ja, das kriege ich hin. Nee, das war nicht das Klo. Ihr habt eine eigene App. Smart Home. Damit kann man ganz viele Sachen machen. Zeig mal bitte. Also in diesem Fall ist es jetzt die App zur Steuerung von der Lichtanlage für den Sternenhimmel, dass ich eben verschiedene Auswahlmöglichkeiten habe. Ich kann zum Beispiel Intensität einstellen. Ich kann jetzt hier die gesamten Farben einstellen. Insofern kann ich alles mögliche sogar über eine Farbskala gehen. Ich kann die Kometen ein- und ausschalten. Das ist alles frei wählbar. Und auch das lässt sich ganz individuell montieren, weil es ohnehin eine Handarbeit ist. Zeitdauer? Wie lange sitzt er? Es sind schon drei Tage mit Sicherheit. Also ich bin auch offen und ehrlich, wir müssen den Preis ja nicht verheimlichen. Der Sternenhimmel hier über den gesamten Heckbett liegt ungefähr bei 7.500 Euro. Ja. Genau. Da ist das Klo billiger, ne? Ja, also wir starten bei einer Festanktoilette bei 6.000 Euro. Hängt immer ganz davon ab, was es für ein Fahrzeug ist. Wenn wir die Fahrzeuge schon vorher einmal gemacht haben, haben wir eben auch die Tankzeichnung schon fertig. Warte mal kurz. Ich habe eine Frage, aber dazu muss ich das Licht anmachen. So. Wenn ich ein neues Fahrzeug kriege und will da eine Festanktoilette reinhaben, kann ich die ab Werk irgendwie denen schon mal sagen, lass die am besten draußen oder ist dir das egal? Wir nehmen die sogar in Zahlung. Das heißt, wenn die komplett unbenutzt sind, die C260, also auch für jemanden, der eine neue C260 braucht, wir haben davon 20 Stück auf Container liegen, die gehen alle ins Ebay. Das Werk lässt sich da natürlich nicht so ganz drauf ein. Gerade wenn das Hersteller sind, mit denen wir nicht zusammenarbeiten, aber das ist gar kein Thema, braucht man sich keine Gedanken machen, die nehmen wir einfach in Zahlung. Jetzt erklärt doch nochmal grundsätzlich, die Kassettentoilette kommt Chemie rein, stinkt immer. Das ist meine Erfahrung, es sei denn, du hast einen Sog drin. Also Sog ist schon mal ganz gut. Sog könnt ihr auch nachrüsten, oder? In allen Varianten. Sog können wir auch nachrüsten. Wir können auch ein BD gleich mit installieren, bis hin zum Geberit-Toilettenaufsatz, ist alles möglich. Aber wie das immer so ist, wenn ich natürlich von A starte und bis nach Z vorgehe, dann geht der Preis natürlich auch immer schnell nach oben. Habt ihr jemals ein Urinal eigentlich mal montiert in einem Wohnmobil? Ne, das wird tatsächlich das erste Mal. Aber wenn der Kunde Interesse daran hat, auch das könnte man mit Sicherheit irgendwie realisieren. Das ist die gleiche Festtanktoilette wie im größten Concorde, den ihr habt. Also das ist die aus der Schiffstechnik. Die hat einen kleinen Zerstörer mit drin, der aus dem Klopapier und dem Kaki dann eine braune Brühe macht. Und das landet dann in einem Fäkaltank. Der Fäkaltank ist wo? Der befindet sich in der Heckgarage. So platzsparend eingebaut, dass man ihn nicht wirklich sieht. Okay. Wie funktioniert das jetzt? Das heißt, ich setze mich drauf, mache wie zu Hause mein Geschäft? Genau. Dann habe ich hier an der Seite die Taster. Auf der linken Seite haben wir das Abspülen bzw. Wasser einlassen. Auf der rechten Seite das Trockenspülen bzw. den Wassertaster. Also das Besondere ist, wir haben drei verschiedene Toiletten. Bei der Dometic hier können wir die Wassersteuerung sehr genau steuern, weil das ein Wassertaster ist. Ich drücke also drauf, lasse ihn los und es hört auf. Macht, glaube ich, Sinn. Also weil du hast ja Fahrzeuge, die eben keinen 500-Ditertank haben, dass die Leute da schon ein bisschen sparen, damit umgehen. Du brauchst ja für eine normale Chemietoilette ja auch Wasser. Wobei man auch da sagen muss, wir bauen ja auch Tecma ein, je nach Kundenwunsch. Bei Tecma haben wir den Vorteil, dass sie deutlich mehr verschiedene Größen haben. Können wir auch sogar selbst in einem Kombibad, wo eine Dusche mit integriert ist, kriegen wir einen Festtank mit eingebaut. Das ist dann die kleinere Tecma. Könnt ihr, wenn das Wohnmobil nicht hier ist, den Kunden trotzdem schon mal praktisch ein Angebot machen? Kommt ihr an die Sachen ran oder muss der Kunde das hier vorstellen? Also wir können immer ein Angebot machen, was da mal plus minus 500 Euro liegt. Man muss sich das Fahrzeug immer vorher anschauen. Jedes Fahrzeug ist anders. Aber wir haben mittlerweile so viel Erfahrung damit, man darf bei uns nicht vergessen, wir rüsten so circa 40 Festtanks im Jahr nach. 40? 40, ja, tatsächlich. Das heißt, ihr seid die Nummer 1 für Festtanktoiletten-Nachrüstung auf der Welt. Wir hätten das auch gar nicht gedacht, wir hätten das damals für uns selbst mal konstruiert, weil wir sagten, wir wollten gerne ein kompaktes Auto haben, wollen den Festtank drin haben und haben so viele Kunden nachgefragt. Und das machen wir jetzt seit, diese Nachrüstung seit 14, 15 Jahren ungefähr. Okay, mach mal auf, dass wir mal reingucken können. Das ist die Besonderheit, das geht dann anschließend hier in das Rohr rein, dann kommt so ein kleiner Motor, der zerhackt das Ganze. Wie beim großen Wohnmobil komme ich an den Motor ran, wie zum Beispiel bei Concorde? In diesem Falle müssen wir die Toilette abziehen. Bei den anderen Toiletten nutzen wir die normale Außenstaufachklappe, dass wir da auch rankommen. Es ist immer je nach Position. In diesem Falle ist die Originalposition der Toilette auch gegen die Fahrtrichtung. Normalerweise ist es quer zu Fahrt. Okay, wir gehen mal raus. Dann gucken wir uns das an. Also, das heißt, ob ich jetzt einen Hümer habe, einen Knaustabat, ein was weiß ich. Keine Rolle. Es gibt welche, wo es nicht geht, oder? Oh, es stürmt aber schön hier. Ja, es ist typisch nordisches Wetter. Wir haben Herbst. Ich zeige das mal gerade. Also es wackelt schön. Das seht ihr hier. Ja, wir sind bei Reimers in Itzstedt. Itzstedt ist richtig, genau. In der Nähe von Hamburg. In der Nähe von Hamburg. Also unweit von Hamburg. Und das da unten, dieses Teil hier soll auch so aussehen, als wäre es immer schon drin gewesen. Das ist euer Anspruch. Es soll aussehen wie Werkserstausrüstung, oder? Ich gehe mal rein und zeige dir das mal ganz im Detail. Also alles, was diese graue Farbe hat, das ist Kürmerzell. Das ist ein wasserviderstandsfähiges Material. Ein Kunststoff, der gepresst wird. Lässt sich ähnlich verarbeiten wie Holz. Und wir haben ja ohnehin dieses Original von dem jetzigen Hersteller Katargo in diesem Falle, was eben reinkommt in den Raum. Und wir haben den Festtank unter diese Vertiefung geschoben. Das heißt, der Tank geht im Grunde von dieser Standwand bis hier rüber. 170 Liter groß. 170 Liter? 170 Liter, ja. Selbst einige Leiner haben da kleinere Tanks. Das ist immer sehr unterschiedlich. In diesem Falle haben wir auch die Entleerung komplett verkleidet. Das heißt, damit da nichts drauf fallen kann. Das kannst du runterheben und darunter hast du den normalen Kugelhahn. Oder eben elektrisch. Das geht natürlich auch. Es geht ein kleines bisschen von der Heckgarage drauf. Einen Tod stirbt man immer, aber diesen Platz habt ihr dann benutzt. Ist das richtig, dass was drauf geht oder eigentlich nicht? Von der Breite her, ist das die Original, die Verbreitung? Also alles, was dieses graue Filz ist, das Original Katargo, das haben wir nicht angefasst. Ach so, es wird nicht breiter, sehe ich gerade. Es wird nicht breiter. Das ist in der gleichen Flucht gelassen worden. Und das hier oben ist auch ein belastbarer Bodensatz. Das heißt, auf der linken Seite kann ich zum Beispiel weiter so Auerboxen und so weiter da hochstapeln. Ich habe da auch die Revisionsöffnung. Da können wir gleich mal auf die andere Seite gehen. Und in diesem Fall haben wir noch was ganz anderes gemacht. Wir haben die gesamte Elektrikzentrale geändert. Wenn man mal hier schaut, man sieht ja, dass die Rückwand komplett auch dieses graue Kürmerzell ist. Der gesamte Kasten wurde von uns gebaut. Den haben wir als fertigen Bausatz. Das heißt, für dieses Fahrzeug können wir komplett den Elektrikumbau auch. Nochmal, der Kunde kam zu euch, hat gesagt, hätte ich gern. Oder habt ihr ihm das jetzt auf die Nase gedrückt, dass er das unbedingt braucht? Also nochmal, wir haben auf der Webseite reichlich Bilder und so weiter. Und dann haben wir immer viele Kunden, die so rüberstöbern und fast zufällig über diese Nachrüstlösung kommen. Oh, was ein Zufall. Ja, was ein Zufall, dass wir die da reingestellt haben. Wir haben tatsächlich so von 30 Projekten die Fotos hochgeladen. Und seitdem können wir uns eigentlich vor Aufträgen nicht retten. Aber jetzt mal ehrlich, es geht ja um Autarkie. Und so ein Festtank hat natürlich einmal einen ganz praktisch ökologischen Sinn. Dann ist es reine Faulheit, weil ich sage mal 170 Liter, wenn man langt bei mir, ich habe einen 300 Liter Tank, der langt mit meiner Tochter zusammen und meinem Sohn zusammen, waren wir mal im Urlaub, ungefähr zwei Wochen. Ohne Entleerung, eine normale Kassettentoilette, ich glaube zwei Tage. Zwei Tage maximal. Und bei der Kassette ist es ja so, dass du schon darauf achtest, sie nicht zu benutzen, damit es zwei Tage reicht. Wenn du zu dritt oder zu viert unterwegs bist, kannst du sie jeden Tag entleeren. Und hier ist es halt deutlich hygienischer, weil du fährst über den Ablass, du musst ja das Abwasser eh entsorgen. Du fährst einfach drüber, öffnest den Hahn, entleerst vollständig den Tank und damit hat sich das. Ist es dir schon mal passiert beim Entleeren einer ganz normalen Kassettentoilette, dass du, bevor die nicht ganz oben war, auf die Entlüftung gedrückt hast? Ja, das kann auch durchaus passieren. Das ist lecker, oder? Ja, nee, wirklich nicht. Aber dafür haben wir hier die saubere Lösung sozusagen. Zeig nochmal. Also das ist der Ablass, wenn ich den jetzt öffnen würde, ist der leer, der Tank? Der ist jetzt komplett leer. Ja, mach mal auf. Den können wir hier, der ist wahrscheinlich noch Spülwasser drin, aber der wurde nicht einmal benutzt. Und unten haben wir den Hahn. Die bekommen alle bei uns eine Druckprüfung. Das heißt, wir überfüllen sie aktiv, um zu schauen, dass wirklich alles dicht ist und anschließend kommt erst die Verkleidung rüber. Ich habe gedacht, ihr setzt die Mitarbeiter unter Druck, dass sie schnell arbeiten. Nee, das nicht. Aber unten haben wir auch noch diesen Metall-Bajonett-Verschluss und dadurch kann man den dann auch wirklich unempfindlich aufschrauben. Viele haben ja so Kunststoff, das bricht dann kaputt, da fehlt mal eine Nase, das passiert hier nicht so schnell. Geil, das gefällt mir echt gut. Zumal Autarkie, 170 Liter, da kannst du locker mal zwei Wochen unterwegs sein, ohne zu entleeren. Du kannst dich wie die Leiner auf denselben Platz stellen und kannst ablassen und dann gucken ja alle schön blöd, wenn du da mit deinem Knaus kommst. Ja, und dann hast du wirklich die komplette Autarkie mit dem E-System als auch hier mit dem Festtank. Und wir können ihn auch gut reinigen, weil wir haben jetzt hier ein fest installiertes Gardena-Spülsystem drin. Da sind zwei Spülsonden. Das heißt, ich gebe hier Wasserdruck drauf, öffne dann den Zusatzhahn und kann dann den Tank auch schön spülen. Also nach dem Urlaub, dass der einmal komplett sauber ist. Tank-Sensor hat wir auch eingebaut. Da sind wir auch sehr flexibel, weil wir uns dann auf die Hersteller im Grunde genommen zurück besinnen. Das heißt, wenn es ein Hümer ist, kommt ein Sensor von Hümer rein. Wenn der Kunde das komplett egal ist, bauen wir auch Super-Sense ein, dass man da zum Beispiel auch einen nimmt, den man gerne per Bluetooth dann überwachen kann. Das ist komplett, ja. So, Kombi-Master heißt auch etwas anderes Stromkonzept wie aus dem Schiffsbau. Das ist jetzt einer der Kleinsten, den es gibt. Den gibt es sogar noch kleiner, aber das ist ein 2 kW. Wir haben jetzt hier einen 2000-Watt-Wechselrichter und 60-Ampere-Ladegerät. Im Original ist bei dem Fahrzeugtypus immer ein 22-Ampere-Ladegerät drin. Das haben wir insofern vergrößert, weil wir hier auch Lithium-Batterien eingebaut haben. Auch das ist das Originalfach des Herstellers. Und hier hinter sind dann die Lithium-Batterien. Was ist da jetzt drin in dem? Das sind zweimal 100 Amperestunden. Gut, 200 Amperestunden Mastervolt, das heißt 400 Amperestunden Blagel. Zum Beispiel hier jetzt im Carthago kommt ja sogar noch Blagel oder ist das jetzt abgeschafft? Die haben tatsächlich serienmäßig G-Batterien drin, zwei 80er. Und man kann bei Carthago... AGM meine ich. Genau, also die haben jetzt G-Batterien drin und die haben zwei Lithium-Batterien, kann man auch ab Werk bestellen. Hier haben wir jetzt aber wieder dieses typische Thema Fernwartung. Der Kunde wollte auch im Notfall, dass man jederzeit helfen kann. Und natürlich alle sauber beschriftet, wie sich das gehört. Ja, man muss sagen, das ist jetzt nur fürs Video so gemacht. Also jetzt in Wirklichkeit sieht das aus wie eine geplatzte Matratze, oder? Genau, nein, Quatsch. Das ist ein Standard von uns, gerade diese Verteilung, weil wir wollen ja auch, wenn der Kunde anruft, wissen, wie es montiert war. Ja, wir werden einen schönen Test machen am Donnerstag. Wir werden mal ein Kabel abbrennen lassen, was einen Kurzschuss hat. Da bin ich auch gespannt. Eure Leute, haben die überhaupt Ahnung von Elektrik? Sind da zugelassene Leute dran oder sind das so praktisch Amateure? Wir haben tatsächlich uns sogar einen Zertifizierungsprozess von Mastervolt unterzogen. Das war sehr kompliziert, aber am Ende des Tages hat es sich gelohnt. Und wir haben im Grunde genommen uns komplett lizenzieren lassen von Mastervolt und sind mittlerweile sogar Premium-Partner. Ja, Laub wird auch gefahren im Herbst ohne Ende. Macht aber keinen Sinn im Moment, glaube ich, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Bei dem Wind hier. Warte, ich zeige das mal, wie es gerade hier abgeht. Aber wir sind im Norden. Ja, IT steht, also wenn ich das nachrüsten lassen möchte, was hat der Kunde jetzt am Schluss für eine Rechnung gehabt? 20K-Standard? Es war etwas weniger. Es waren circa 14.500 Euro, wobei das Festhang- und Mastervolt-System war. Plus den Sternenhimmel, war ich? Plus den Sternenhimmel, ja, tatsächlich. Dann sind wir über 20, ja. Das heißt, das Mastervolt, das ist aber eine feine Sache, weil überleg mal, viele wollen ja ihr Wohnmobil nicht wegwerfen. Die haben da irgendwie unglaublich viele Erinnerungen dran. Genau, kommen wir ruhig mal raus und sagen, ich gehe halt lieber hin, rüste da irgendwas nach und so weiter. Und jetzt mal ehrlich, es fährt ja noch, es macht alles, was es soll. Ein Update auf Stand der Technik macht ja Sinn. Nicht nur das, sondern zusätzlich hast du auch noch viele Kunden, die wollen gerne ein kompaktes Auto haben, wollen irgendwo ein Fahrzeug um die 8 Meter oder gar unter 8 Meter. Und wenn du da ein Festhang- und Mastervolt-System installieren kannst, dann gibt es halt auch gar keinen Grund für die, dann auf einen größeren Liner gehen zu müssen. Okay, hier vorne ist noch eine Klappe. Was ist da drunter? Das ist eine Revisionsöffnung, die können wir einmal aufmachen. Und da drunter befindet sich dann die Hauptrevision für den Tank und eine der Spülstutzen. Ja, es sieht so gut aus. Es könnte ja der Hersteller auch ab Werk mal einbauen. Aber sei froh, denn sonst hättet ihr ja nichts zu tun. Für uns ist es ein gutes Geschäft, weil wir uns da mittlerweile, also wir machen auch kaum noch Werbung, was das Ganze angeht. Wir werden so viele Nachfragen danach, das ist der Wahnsinn. Also bitte ruft gut erst gar nicht an. Nee, wenn das jemand haben möchte, ruhig fragen. Ihr habt die Werkstattkapazitäten ordentlich nachgerüstet, oder? Wir haben die Werkstatt um sechs Fahrzeugspuren erweitert. Dann machen wir auch nochmal einen Rundgang zu. Und die sechs Fahrzeugspuren sorgen jetzt dafür, dass wir insgesamt 13 Spuren haben in der Werkstatt. Und dadurch bekommt man natürlich auch einiges realisiert. Ihr könnt ja auch Dachklimaanlagen einbauen. Ja, Dachklimaanlagen, auch Steckdosen. Wir kriegen alles Mögliche realisiert. Sehr schön. Ja, ich werde nochmal drauf zurückkommen. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind bei Reimars in Idstedt. Und das Ganze ist umweit von Hamburg, unglücklicherweise sogar hinter Hamburg von mir aus gesehen. Aber es ist richtig schön hier. Aber im Winter ist schon stürmisch, oder? Kann sehr windig werden, aber man kann sich die schönen Tage aussuchen insofern. Aber man sieht schon, die Bäume haben schon das meiste Laub verloren. Es lohnt sich demnächst hier wirklich einmal durchzuhaken und dann... So, und die Weihnachtsbeleuchtung hängt schon. Also Festtanktoilette in egal welchem Wohnmobil. Kastenwagen geht nicht, oder? Kastenwagen haben wir auch schon gemacht. Da müssen wir aber eine Pumpe einbauen, dass wir tatsächlich das Ganze hochpumpen. Der Vorteil ist, dass wir tatsächlich jeden Tank auf dem Mars anfertigen. Und damit kriegen wir jedes Mars realisiert. Tschüss, Luca Reimars. Heute ist der 14. November 2023. Idstedt. Tschüss, Festtank und ganz wichtig Sternenhimmel. Ciao.